Der Pandemie-Vertrag, sind wir der WHO schutzlos ausgeliefert oder auch Subtitle, vor dem Fake ist nach dem Fake. Zunächst einmal geht es natürlich um den aktuellen Hintergrund, worum geht es eigentlich bei dem Pandemie-Vertrag und dürfen wir zukünftig noch entscheiden, nicht mitzumachen, wenn die nächste Pandemie uns mit voller Härte erwischt. Was passiert hier? Es geht um nicht weniger als die Souveränität des Staates und natürlich die Frage, wie ist es um meinen individuellen und persönlichen Schutz bestellt. Außerdem ein Ausblick auf die Realität in der nächsten Pandemie. Was bedeutet es, wenn die WHO dann durchregieren kann? Und zum Schluss aber ein positiver Ausblick. Reißen wir das Ruder noch rum? Die Evidence-Based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn du zu diesem Thema weiterführende Informationen suchst, dann wirst du auf unserer Website, finde ich, die genauso wie eine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes verlinkt ist. Und die E-Mail-Adresse ist für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir aber spannende Einblicke und gute Unterhaltung. Ein ernstes Thema, trotzdem viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und wir sind in Wahrheit mit diesem Podcast aktueller und notwendiger, denn je, weil offensichtlich alles so ein bisschen neu sortiert wird. Und jedenfalls geht es in dieser Episode um den Pandemie-Vertrag. Und da ist natürlich auch unser Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung so notwendig wie nie. Ihr findet, wie gesagt, überall in unseren Shownotes auch die Links dahin. Dort findet ihr auch erweiterte Informationen. Ihr habt es gerade alles gehört. Ihr könnt uns auch unterstützen mit dieser so wichtigen Arbeit. Und jetzt wollen wir aber ein ganz aktuelles Thema diskutieren, kommentieren, einordnen. Und dafür brauchen wir ihn natürlich. Natürlich unseren Onkel Doktor, aber der natürlich auch eine politische Dimension hat in Übrigen, weil er ja auch wichtig ist für unseren Verein. Insofern herzlich willkommen hier bei dir bei uns im Podcast, lieber Dr. Alexander Konietzki. Moin, Alex. Vielen Dank. Hallo, Hauke. Wir haben das Thema Pandemie-Vertrag vor der Brust. Wir haben es auch im Newsletter. Und die Frage, die sich natürlich als allererstes stellt, was ist der aktuelle Bezug, aktueller Hintergrund? Sind wir der WHO schutzlos ausgeliefert? Ist natürlich auch so ein bisschen, soll ich sagen, angerissen in das Thema rein. Aber darum geht es halt schon auch. Vielleicht kannst du es mal einordnen. Was liegt aktuell an? Wieso ist das Thema interessant? Und warum ist es aktuell? Und überhaupt, was soll das? Ja, es ist so, dass die Corona-Situation der WHO und allen anderen medizinisch im Global, sage ich mal, Zusammenhang klar geworden ist. Und zwar war die Reaktion auf diese Pandemie, gelinde gesagt, sehr dürftig. Wir hatten also weder genug Masken. Wir waren nicht gut darauf vorbereitet und so weiter. Wir konnten den Aussagen von unseren Behörden in bestimmten Bereichen dann nach außen getragenen Aussagen zumindest nicht ganz trauen. Diese sind aber politisch dann in Maßnahmen gegossen worden. Und am Ende kam ja etwas dabei raus, was wir alle über die letzten vier Jahre jetzt erlebt haben. Wissentlich, dass ganz anders im Hintergrund über die tatsächlichen Fakten diskutiert wurde. Und jetzt wird es eine Dimension größer. Also der WHO hat es, der Gleichklang auf dieser Welt noch nicht ganz so gut gefallen. Und deswegen hat man sich jetzt überlegt, den Pandemievertrag erneut aufzusetzen und in eine neue Fassung zu gießen und bestimmte Dinge in diesem Vertrag zu verändern. Das ist der eine große Punkt. Und der zweite Punkt sind die International Health Regulations, die IHRs, die jetzt mittlerweile in der sechsten Fassung zur Diskussion vorliegen. Und die letzte war vom 16. April diesen Jahres und werden dann in dieses Vertragskonstrukt im Ende Mai, Anfang Juni bei der WHO-Konferenz dann zum Abschluss gebracht bzw. zertifiziert. Und das von allen Mitgliedstaaten, so der Wunsch der WHO. Was natürlich... Das bedeutet also, es spitzt sich jetzt so ein bisschen zu. Und also die Entscheidung steht bevor. Und ich weiß nicht, inwieweit sich unsere Bundesbürger hier gut aufgeklärt fühlen, worum es da eigentlich geht. Und die Medien sind erstaunlich ruhig. Es wird also relativ offen zur Schau getragen und von dem Herrn Farrar jetzt auch nochmal auf die Vogelgrippe H5N1 verwiesen, dass das ja eventuell die nächste Zoonose sein könnte. Also die nächste Infektion, die von Tier auf Mensch überspringt. Das sei ja ganz gefährlich aktuell. Also da wird schon so eine Art Angstkulisse erneut aufgebaut, um auch die Notwendigkeit dieser beiden neuen Vertrags- oder neu formulierten Vertragselemente nochmal in der Bedeutung zu erhöhen. Und auch die Handlungsgemeinschaft und die Solidarität der gesamten Völkergemeinschaft der Nationen, die in der WHO organisiert sind, nochmal an die Kandare zu nehmen, damit da auch ja die richtige Entscheidung gefällt wird. Wobei, ich muss das nochmal nachfragen. Ich meine nun, wir sind ja hier alle relativ klar sortiert. Diesen Podcast landet man ja nicht, weil man irgendwie Informationen sucht, aus seiner Glaubensrichtung des Impfens auszusteigen. Sondern eher, weil man Informationen sucht, die man ansonsten nicht erhalten hat. Wir haben es die gesamte Zeit über immer wieder anklingen lassen. Die RKI-Files haben es bestätigt. Du sagtest, wir hatten nicht genug Masken zum Beispiel. Das war natürlich in Wahrheit nur ein organisatorisches Thema. Wir wissen ja nun auch aus den RKI-Files, dass das Thema Masken irgendwie völlig daneben war. Insofern ist ja die Frage... Genau, zweitrangig, ja. Ja, wenn überhaupt. Also wenn ich jemanden nicht ansabbern will, dann ist das in Ordnung. Oder wenn ich ihn nur auf eine Wunde nicht reinspucken will, während ich es zunähe, okay. Aber also fürs Pandemie-Geschehen an sich war es nicht sinnvoll oder nicht wirksam. Für die Öffentlichkeit nicht, genau. Genau. Das ist eigentlich auch in vier einschlägigen, selbst von der CDC auch veröffentlichten Studien ganz klar gewesen, dass die Masken im öffentlichen Raum keinen Benefit bringen. Genau, aber vor diesem Hintergrund, also das ist nun eins der augenfälligsten Diskussionen, die eigentlich geführt werden müssten, stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist denn hier eigentlich nicht verstanden worden? Wie kann man denn jetzt dazu übergehen, einen Pandemievertrag zu machen, wenn wir doch eigentlich inzwischen wissen, dass wir gar nicht so richtig eine Pandemie hatten, im Sinne von, wir waren als Weltbevölkerung dem Abgrund nahe, sondern wir hatten eine Angstpandemie, wir sind getrieben worden, wir sind eingeschränkt worden, man wollte uns gefolgsam machen. Wir haben ja gar keine Aufarbeitung betrieben und trotzdem wird so getan, als wenn jetzt das nächste Thema ansteht und der Pandemievertrag fehlt. Warum nochmal? Weil es notwendig war? Also das ist ja zumindest ein bisschen erstaunlich, oder? Ja, natürlich ist es erstaunlich. Also das, was eben, der Pandemievertrag existiert ja und er wird jetzt aber nochmal abgewandelt. Also es ist so, dass die WHO bisher Empfehlungen für die einzelnen Staaten ausspricht und jeder Staat durfte alleine entscheiden, ob er diese Empfehlung umsetzt oder nicht. Und es hat sich ja jetzt schon in der Corona-Situation dann gezeigt, wer war dort sehr, ich sag mal so, scharf drauf, komplett zu folgen und wer hat da noch sein eigenes Süppchen gekocht? Siehe Andreas, oder Anders, Anders Teknell, Entschuldigung, aus Schweden, der hat seine eigene Suppe gekocht und alle anderen mit der Speerspitze Deutschlands hatten ja das Gefühl, sie müssten nicht nur folgen, sondern noch im vorauseilenden Gehorsam am liebsten den längsten Lockdown hinzaubern, was ja die Deutschen auch geschafft haben. Also insofern, es scheint auch zu klappen mit uns. Also wir müssen vielleicht diesen Vertrag auch gar nicht verändern. Wir Deutschen sind schon auf Linie. Es ist aber so, dass jetzt es noch mehr in die Sicherheit geht für die WHO. Also es wird ganz freundlich formuliert in den einzelnen Artikeln, dass es sich um Empfehlungen handelt. Aber die Länder, das zeigt sich dann weiter unten, verpflichten sich im Grunde genommen, diese Empfehlungen umzusetzen. Das heißt also nicht, die WHO verpflichtet uns, etwas zu tun, sondern wir verpflichten uns, wenn wir als deutscher Staat, deutsche Nation das unterschreiben, das auch so umzusetzen. Das bedeutet also, die Verantwortung liegt eigentlich auch bei uns. Und wenn wir das aber getan haben, dann wird jede Empfehlung der WHO unabhängig von unserer Struktur zur verbindlichen Anordnung. Okay, Moment, Moment, da muss ich mal zwischen. Das ist ja so unglaublich. Also wir haben hier eine Administration, eine Exekutive, nennen wir sie Regierung, in der besonderen Gestalt der Gesundheitsfürsorge. Jedenfalls ist diese Administration eigentlich mal so gemeint, die ja ein Exekutivorgan ist. Die kann ja eigentlich nicht verpflichtend am Parlament vorbei, als höchstes Gremium einer Demokratie, diese Verträge ratifizieren oder unterschreiben. Das ist ja etwas. Ja, das stimmt. Deswegen haben die Länder dann auch einmal zehn und einmal zwölf Monate Zeit, einmal für den WHO-Pandemievertrag und einmal für die IHRs, also International Health Regulations, die gleichzeitig mit angepasst werden, das quasi zu ratifizieren. Das ist genau richtig. Und da liegt auch die Chance. Also Deutschland ist noch nicht auf Gedeih und Verderb diesem Ganzen unterworfen, sondern wir müssen gucken, dass wir uns dem nicht unterwerfen. Wenn ich mir aber die letzten drei, vier Jahre so anschaue, habe ich da große Sorge, dass diese Unterwerfung bereits schon stattgefunden hat. Zumal Deutschland der zweitgrößte Geldgeber nach der Bill und Melinda Gates Foundation ist für die WHO. Das bedeutet also, dass wir da nun gerade ausscheren. Da muss es schon ganz schön Trubel geben. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast dazu beitragen, dass es diesen Trubel auch gibt, dass die Aufmerksamkeit steigt und dass wir dieser Ratifizierung nicht einfach blind folgen, sondern da eine treffliche und auch parlamentarische Auseinandersetzung dann stattfindet. Also findet ihr es an? Ansonsten ist es, Ich könnte noch zwei, drei Einzelheiten vielleicht mit reingeben, wo man sich fragt, warum soll denn das wirklich jetzt ab demnächst so sein? Also demnächst wäre es denn so, laut dem IHR Artikel 12, dass der WHO-Generaldirektor, momentan ist es noch Tetris Gebraeus, einfach alleine, ohne dass er es begründen muss, eine Notsituation ausrufen kann. Und da handelt es sich dann um die sogenannte Geschichte des sogenannten potenziellen Notlage. Das wird im IHR-Vertrag oder Artikel 2 dann auch noch festgelegt. Also eine bloße Risikoabschätzung um einen internationalen Not, Gesundheitsnotstand. Und das bedeutet dann, in Englisch ist es dann Public Health Emergency of Regional Concern. Das ist das sogenannte, oder ein internationaler, dann wäre das das FIIC International Concern, FIIC gesprochen, oder aber eben es wäre der Regional Concern, das heißt das FERC. Er könnte es also auch auf eine Region, wie zum Beispiel Deutschland oder Irland oder was auch immer begrenzen und sagen, da gelten jetzt die pandemischen Bedingungen. Und wir ziehen das sozusagen durch. Und zwar auf Deutschland bezogen, der Artikel 28 des Infektionsschutzgesetzes, 28a, ist noch gültig. Das heißt, wie Sie ihn damals genannt haben, der gesamte Instrumentenkasten der Maßnahmen steht noch zur Verfügung. Und wenn jetzt der WHO-Generaldirektor, egal wie er dann heißt, die potenzielle Notlage ausruft, also den FIIC, dann kann er sagen, hier komm Deutschland, du hast dein Infektionsschutzgesetz noch, das musst du jetzt anwenden. Dazu hast du dich in diesen Verträgen verpflichtet. Und das Kranke, wie ich finde, bei der ganzen Geschichte ist, er muss es nicht begründen. Es muss also keine wissenschaftliche Grundlage dafür geben. Und es geht sogar noch weiter, es muss nur ein Verdacht geäußert werden, dass es sich potenziell um eine gesundheitliche Notlage handeln kann. Und das sind Konstruktionen, die hochgefährlich sind, zumal die WHO sich dann auch auslobt, und dass sie einfach Untersuchungen anordnen, dass sie bestimmte Medikamente und Impfungen, die WHO bestimmt, welche zugelassen werden und wie sie dann verteilt werden. Also dann geht es da nicht mehr darum, dass derjenige produziert, sondern es geht einfach nur darum, dass die WHO sagt, es geht in die und die Mitgliedstaaten, alle anderen kriegen nichts oder umgekehrt. Und sie ist keiner, und das ist auch krass, keiner und keinem eine Rechenschaft schuldig. Das wird im IHR-Artikel 44a auch nochmal ganz klar gelegt. Das heißt, die WHO darf das einfach und muss niemals es begründen und muss niemals dafür Rechenschaft ablegen, was sie dem jeweiligen Staat oder vielleicht auch der Welt angetan hat. Mit der nächsten, und jetzt kommt es, pandemischen Lage, die auch ein Klimanotstand sein kann, was auch immer das ist. Also es muss nicht mal mehr eine Erkrankung sein, sondern es könnte das Potenzial durch klimatische Veränderungen in einer bestimmten Region mit einer Annahme von zunehmender Erkrankungsdichte sein. Erwartet wird in dem Sinne dann, das passt auch ganz gut, eine Zoonose, also eine über das Tier übertragene Viruserkrankung. Das heißt, wie jetzt angekündigt, H5N1 zum Beispiel, von Herrn Farrar, dem wissenschaftlichen Berater der WHO. Ja. Das kann ja aber, So sieht es aus. Das bedeutet ja weitreichende Zugriffsrechte durch Regierungsmöglichkeiten. Das ist politisch nicht ganz korrekt, aber die WHO kann dann in das deutsche Recht hineinregieren und durchgreifen durch die deutsche Gesetzgebung und das aber ohne Kontrollgremium und als privatwirtschaftlich organisiert. Richtig. Klingt ja nach einer richtig guten Idee. Ist niemand auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen? Doch, aber die werden so wie wir beide leise gestellt. Also es ist tatsächlich ja so, dass es Menschen gibt, die sich damit kritisch auseinandersetzen und ich meine, hörst du es in der Tagesschau, liest du es in den Zeitungen, was hier gerade abgeht? In der Tagesschau und Zeitung ist sowieso inzwischen nichts mehr für mich, aber... Ich verstehe dich, aber ich will nur sagen, es ist eben nicht in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. Die breite Öffentlichkeit weiß, meine ich, gar nicht, dass es diese Vorbereitungen zu diesen Verträgen jetzt gerade gibt und welche weitreichende Konsequenzen die haben. Ja, aber der entscheidende Punkt ist ja, also ich glaube zumindest, dass das, was in Frankreich beschlossen wurde, dieser Paragraf, der ja in die Meinungsfreiheit eingreift, dass du dich zu gesundheitlichen Belangen nicht mehr straffrei äußern darfst, wenn du dann nicht ins selbe Horn stößt wie der Gesetzgeber, also es grob vereinfacht, aber das bedeutet das eigentlich, du kannst mit Freiheitsstrafe und erheblich empfindlichen Geldbußen belegt werden, wenn du denn zu gesundheitlichen Themen dich kritisch äußerst und das nicht Mainstream und wissenschaftlich fundiert, wobei natürlich immer die Frage ist, wer legt das eigentlich fest, was da wissenschaftlich fundiert ist, dann kannst du auf jeden Fall dafür belangt werden und ich habe schon den Eindruck, dass bei den verbleibenden Journalisten, die ja auch unter einem wahnsinnigen wirtschaftlichen Druck stehen, das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu, dass die sich gerade sehr genau überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen, zumal ja auch dieser Paragraf in Deutschland großen Beifall gefunden hat, in den einschlägigen Kreisen, so nach dem Motto, macht die Schwurble endlich mundtot, wir wollen hier, so, aber auch jetzt ist gerade rausgekommen, dieses Thema, also weil du gerade sagst, das kann auch ein Klimanotstand sein, unter dem jetzt die WHO durchregieren kann, wir haben jetzt gerade von den Habeck-Files, so nenne ich sie mal, das heißt noch ein bisschen anders, aber diese ganzen Dokumentationen zum Thema Klimawandel bei Habeck, das ist ja auch mehr als fragwürdig, ähnlich wie das Thema RKI und wie damit in der Öffentlichkeit umgegangen wird, das heißt in Wahrheit fehlt uns vollständig der korrigierende Diskurs, wir führen keinen Diskurs mehr, also wir beide jetzt ja und unsere Zuhörer sind wahrscheinlich zu 95% unserer Meinung und ein paar Leute, die uns hassen, die hören auch zu und die kommentieren dann fleißig Quatsch, aber das halten wir aus, aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, gibt es keine Idee, das zu regulieren, keine Idee für die Aufsicht, keine Idee zu sagen, im Übrigen, ich will nicht mitmachen, ich habe irgendwie... Also wenn das ratifiziert ist, nein, es ist, die Mitgliedstaaten verpflichten sich auch, alle Informationen und jetzt kommt das, was du gerade von dem Franzosen berichtet hattest, die dem offiziellen Kurs der WHO widersprechen, in Medien und sozialen Medien zu unterdrücken, IHR, Anhang 1, also International Health Regulations, Anhang 1, Seite 36. Das würde also bedeuten, im Pandemiefall bestimmt die WHO, was wahr ist. Und in diesem Zusammenhang sollen alle Informationen kontrolliert werden, überwacht und Verhaltensforschung fester und wesentlicher Bestandteil von Gesundheitssicherheit sein. Das bedeutet also, dass dann auch noch geforscht wird, beziehungsweise die Nudging-Industrie, die Psychologen, die uns dann die Sachen noch richtig besser verkaufen und auch erklären, dass wir nicht nur rechtsradikal, sondern auch anders denkend, Schwurbler und wie du es gerade genannt hast, Querdenker sind, sondern dass wir eben einfach gar nichts mehr zu sagen haben. So, das wird dann auch regelmäßig, aber zuversichtigt sich der Mitgliedstaat, wenn du das unterschrieben hast. Okay, dann lass uns doch mal rein starten. Das ist ja wahnsinnig spannend. Lass uns das als Gedankenexperiment jetzt, wo wir es noch dürfen, wenigstens mal durchdeklinieren, weil wir hosten zwar diesen Podcast ganz privat, das heißt, der Server, auf dem dieser Podcast läuft, der gehört uns, also den haben wir gemietet, der gehört uns nicht natürlich, der steht auch auf deutschem Boden, bislang fühlten wir uns damit immer relativ sicher. Man konnte uns nicht ausschalten, aber zukünftig wird es dann so sein, dass wir wahrscheinlich bei Spotify aus der Bibliothek fliegen. Wir fliegen dann bei Apple Podcasts aus der Bibliothek. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade uns zuhört. Möglicherweise werden wir sogar bei unserem Host verboten. Das heißt, wir werden einfach nicht mehr auf Sendung gehen können und gehen dann ganz und gar in den Untergrund. Dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Illegalen. Ja, ich gehe davon aus, dass man sich dann noch irgendwie Links schicken kann auf irgendwelchen Plattformen, zu irgendwelchen Servern, aber das ist dann alles nicht mehr aufbereitet. Lass uns das durchdeklinieren. Also wir haben dann nur noch eine Meinung. Ja. Ich darf dann nur noch machen, was die WHO will. Die WHO, also das klingt dann, ich bin überhaupt kein Freund von Verschwörungstheorien, also wirklich ernsthaft nicht, weil ich glaube, das Politiker... Nein, es sind Verträge. Es steht da schwarz auf weiß. Man kann es auf Englisch lesen, man kann es sich auf Deutsch übersetzen lassen. Also das ist jetzt nicht, keine Verschwörungstheorie, wenn, dann wäre es maximal noch eine Verschwörung. Aber es steht dort einfach schwarz auf weiß. wenn die unter ja auch dem Deckmantel des Gutmenschentums. Wir wollen der gesamten Menschheit, die Gesundheit bei einer Pandemie zur Rettung der Menschheit irgendwie zur Verfügung stellen können. Wenn wir das jetzt mal unterstellen, dann soll dafür dieser Vertrag sein. Und festgestellt wurde ja schon in der letzten Pandemie und da kann ich jetzt Herrn Drosten nochmal zitieren, wir sollten nicht zulassen, sagen, dass jedweder, der irgendeinen akademischen Abschluss hat, mitten in einer Pandemie über den Kern des Problems spricht. Wir müssen uns an die Wissenschaftsinstitutionen wenden, um eine Auswahl zu treffen und Expertengremien einzurichten, die wirklich Experten sind und die sich nicht in die Medien drängen, sondern die irgendwie qualifiziert sind, den Stand des Wissens zusammenzufassen. Zitat Ende. Schalte den Drosten ab oder was hat er gesagt? Naja, also ich meine, wir hören dem RKI tatsächlich auf der Diskussionsebene zu, nicht auf der Entscheidungs- und Veröffentlichungsebene. Dann werden wir das jetzt nochmal auf die RKI-Files beziehen, muss man sagen, die haben dort ja jedwede Maßnahme und wir sind ja maßgeblich auch bei den Impfungen trefflich diskutiert und die Impfungen, die Protokolle, die sich mit den Impfungen beschäftigen, sind nicht umsonst komplett geschwärzt. Also ich denke, da werden einige Meinungen abhängig oder wahrscheinlich total abweichend von dem offiziellen Narrativ getätigt worden sein. Und wenn wir uns das vorstellen, das ist ja alles dann, das wird alles übergangen und das wird natürlich auch dazu führen, dass Menschen, und das betrifft dann auch uns mit den Impfungen, also wir haben dann null Reglement mehr oder null Verweigerungsmöglichkeit mehr. Wenn Herr Tedros sagt, das muss jetzt so sein, dann müssen wir uns halt alle impfen. Und wenn wir uns dagegen wehren wollen, gibt es leider keinen Ansprechpartner rechtlich. Denn unsere Regierung war es nicht, die hat sich mit den Verträgen aus dem Staub gemacht. Und da die Rechenschaft von der WHO nicht abgelegt werden muss, sind die auch schon mal fein raus. Und wenn sie jetzt anfangen wollen, irgendwo was zu klagen, ja, das ist halt die Frage, wie man das organisiert. und da bin ich eher für, wäre den Anfängen einmal wissen, dass das jetzt auf uns zukommt, bedeutet, wir müssen den Deutschen Bundestag dazu bringen, diese, also diese Verträge nicht zu ratifizieren, sondern in unserem Sinne, im Bevölkerungssinne abzulehnen. Und da können wir das den Holländern einfach gleich machen, die dem schon, ich will nicht sagen, den Finger gezeigt haben, aber die haben das so eingestiehlt, dass wenn bestimmte Änderungen, die nicht in ihrem Sinne sind, nicht vollzogen werden, was wahrscheinlich nicht passiert, dann wird sich das Parlament dagegen entscheiden. Und so etwas brauchen wir. Also wir reden jetzt ja auch über einen IHR Punkt 6, ja, 6.0 oder irgendwie sowas, also einen Vertrag, der wahrscheinlich noch mal bevor wir im Mai den dann in der absoluten Endfassung in diesem Gremium zur Abstimmung sehen, wird da wahrscheinlich noch bis zur 23. Version hochstilisiert, aber die Dinge, die jetzt schon drinstehen, die sind so eklatant und werden so perfide eingeführt, weil als Empfehlung eben vorgeschoben, das kann, da wird auch gerne gesagt, wieso die WHO empfiehlt doch nur und der Staat bleibt souverän und so weiter. Das passiert auf den ersten Seiten und auf den letzten Seiten wird ganz klar, dass sich der Mitgliedstaat, der unterschreibt, verpflichtet, das umzusetzen und damit ist es keine Empfehlung mehr. Das muss allen bewusst sein. Das, was Herr Tetros dann sagt, müssen wir machen. Und damit regiert ein nicht gewählter von der Bill und Melinda Gates Foundation, vor allem finanzierter Mensch, direkt in die Wohnzimmer der Deutschen und anderer Herrenländer Menschen. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich verstehe. Das ist eine einfach Eilmachtsfantasie. Das ist genau das, was ich gerade meinte, darauf wollte ich hinaus mit der Verschwörungstheorie. Ich bin überhaupt kein Freund davon, aber an dieser Stelle, also das ist ja ein so großer Wahnsinn. Das heißt, lass uns bitte mal, ich bin durch die gesamte letzte Pandemie gekommen, ohne einen Schuss, also ich habe schon einen Knall gekriegt, aber ich musste mir keine Spritze setzen lassen, also ich habe es halt durchhalten können. Es gab ja nun auch mannigfaltig Netzwerke, wo man sich gegenseitig nochmal kurz zurufen konnte, ja, ich denke genauso, du bist nicht völlig alleine so, also das war ja ganz okay, aber jetzt haben wir die neue Pandemie und ich werde wahrscheinlich auch das nächste Mal sagen, so, das mit dem Impfen finde ich nicht so grandios. Ich habe dann keine Möglichkeit, ich muss, ich werde gezwungen, also wird jemand zu mir nach Hause kommen, klingeln und sagen, so mein Jung und jetzt mal hier Abfahrt, also ist das, ist das die Realität, die sich daraus ableiten lässt? So hört sich das für mich an, also es gibt da kein Pardon. Es ist ja so, dass wir hier im Bundestag, die allgemeine Impfpflicht, die ist ja nicht nicht daran gescheitert, weil nicht alle eine Impfpflicht wollten, es wollten ja eigentlich, die Mehrheit wollte eine Impfpflicht, das muss man ganz klar sagen, sie konnten sich nur nicht auf das Konzept einigen. Sie hatten Gott sei Dank so viele unterschiedliche Konzepte mit ab 18 und ab 60 und ab, hast du nicht gesehen, ab links herum gedreht, dass die sich gegenseitig die Stimmen oder die Zustimmungen weggenommen haben, so dass es zu kleinteilig wurde und deswegen eine allgemeine Impfpflicht nicht zustande gekommen ist. Das muss man ja klar wissen. Also der Bundestag war in der Summe drei Viertel sogar für eine Impfpflicht und ist nur quasi an sich selbst gescheitert. So ist es. Und wenn dem so ist, dann kann jetzt einfach jemand anderes, der gar nichts mit unserem Land zu tun haben, wir müssen jetzt die Welt gegen XY-Spritzen und hinzu kommt ja noch, dass parallel einfach die Impfstoffentwicklung in 100 Tagen gefeiert wird. Das bedeutet also, es ist auch Teil des Konzeptes, dass wir innerhalb von 100 Tagen dann einen Impfstoff zur Verfügung haben. Bei H5N1 sind sie sogar so weit, dass sie den Impfstoff jetzt schon parat hätten. Sie müssen ihn nur noch an Menschen ausprobieren. Auf der mRNA-Basis ist das ja super machbar. Da muss uns im Zweiten klar werden, dass wir diese mRNA, ich nenne sie jetzt Mod-RNA, weil sie modifiziert ist, dass diese Impfstoffe wollen wir nicht. Da sind so viele Side-Effekts und Nebeneffekte, die wir alle noch gar nicht verstanden haben. Das kann nicht unser Wille sein, dieses Konstrukt miteinander zu verknüpfen. also kompletten Souveränitätsabgabe an die WHO plus die Impfstoffentwicklung in 100 Tagen. Das darf es nicht sein. Da müssen wir uns echt bewusst werden und ganz vehement dagegen wehren. Ein wesentlicher Punkt ist, wofür wir vielleicht auch rechtlich noch einen Ansatzpunkt hätten, wäre, dass eigentlich vier Monate vor einer solchen Gesundheitsversammlung beide Verträge in kompletter Form hätten vorliegen müssen. Das wäre der 27. Januar 2024 gewesen. Das hat nicht stattgefunden. Das heißt also, wir haben eigentlich gar keine Chance auf eine Verfassungsklage. Ja, aber wen willst du da verklagen? Weißt du, es geht ja in die in die WHA, also in diese World Health Organization Assembly, also in dieses Gremium geht das ja, wo die UN-Staaten sich ja vereint, diesem WHO-Vertrag dann angliedern oder eben nicht. Und da müsste aus dieser Gruppe heraus oder in der Gruppe müsste jemand das rechtlich quasi zur Sprache bringen. Das ist nicht vier Monate die beiden kompletten und zwar dann nicht mehr zu verändernden Verträge vorgelegen haben. Ja, das ist glaube ich der Weg an der Stelle. Da müsste man die Ratifizierung innerhalb dieses Gremiums kippen können. Das zweite wäre eben, dass jeder Staat für sich überlegt, da auszusteigen. Also das wäre so meine positivste Entwicklung. Deutschland besinnt sich seiner klugen Köpfe und wehrt sich trefflich, indem es einfach innerhalb der ratifizierenden Prozesse im Parlament dagegen stellt. Das ist für mich die realistischere Variante. Das heißt aber auch und das muss man vielleicht mal so deutlich sagen, wenn ich zukünftig meine körperliche Unversehrtheit in Form dieser Impfung erhalten möchte, dann brauche ich, so denn Deutschland sich nicht wehren wird oder würde oder wie auch immer und niemand Einspruch erhebt gegen diese verpasste Vier-Wochen-Frist, müsste ich mir ein Land suchen, dass diese Verträge nicht ratifiziert haben, korrekt? Ich glaube, Dänemark könnte man noch untertunneln dann. Entschuldigung, ich meine Holland. Holland könnte man untertunneln. Die haben das ja jetzt schon festgelegt, dass sie wahrscheinlich aussteigen. Die Holländer sind es. Ja, es ist auch so, dass die IHR, also International Health Regulation Artikel 3 Folgendes noch festgelegt. Die Achtung der Menschenrechte gelten nicht mehr als Grundlage von Entscheidung. Die Achtung der Würde der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen werden aufgehoben. IHR Artikel 3 An ihre Stelle treten Grundsätze der Gerechtigkeit, der Integration und der Kohärenz. Was auch immer das bedeutet wird nicht näher definiert. Das ist schon krass. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann wird einem Angst und Bange. Wir haben ja vorher gesagt, wir wollen eigentlich schließen mit so einem kleinen positiven Ausblick. Aber je mehr man sich in dieses Thema reinbegibt, desto schwieriger wird das. Und vielleicht an jeden und jede, die uns gerade zuhören, es ist so wichtig, dass dieses Thema alle erreicht und zwar schnellstmöglich verteilt es überall. Dieser Podcast ist natürlich nur ein winzig kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin sprach die Ameise nicht wahr und pinkelte ins Meer. Wir müssen alles versuchen, was uns zur Verfügung steht. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel, aber das können wir auf jeden Fall. Alle informieren, die informiert werden wollen und möglicherweise ist da noch mal jemand dabei, der auch unter dem Gesichtspunkt, und das ist ja ein wichtiges Argument, der Rechtsstaatlichkeit, die Menschenwürde ist unantastbar. Wir dürfen alle nach unserer eigenen Version der Realität glücklich werden. All diese Dinge, die wir ja nach dem Dritten Reich festgelegt haben und in Anbetracht dieses Grauens, dass alle gleichgeschaltet werden sollten, dass niemand mehr sagen und denken durfte, was er will. Man möge mir diese Herleitung verzeihen, aber bitte verteilt es so weit wie möglich. Alex, gibt es was Positives? Sag mal was Positives zum Schluss. Ja, ich finde es zum Beispiel positiv, wie sich Schweden in der letzten Pandemie verhalten hat. Und das könnte auch so eine Art ziviler Ungehorsam sein, der uns dann doch durch diese Zeit dann durchrettet. Dass wir einfach mehr und mehr verstehen, dass wir als eigene Menschen und als selbstständig denkende Menschen für unsere Gesundheit, für unser Leben selbst verantwortlich sind. Dass wir uns wirklich fragen müssen und dürfen und das zurecht und davon vielleicht eine Unabhängigkeits Bewegung dann eventuell initiiert wird, wenn es denn so weit kommt, dass wir Menschen eben zusammenstehen, die wir im Grunde genommen gar nicht so viel zu melden haben, denken wir immer. Aber vielleicht entsteht daraus genau die Kraft, die es dann schafft, dass der wie damals Wir sind das Volk zum Mauersturz geführt hat, dass man dann einfach feststellt, wir sind die Menschheit und wir lassen uns nicht von sechs Leuten regieren und stehen einfach auf. Das wäre was so wichtig sein kann. Ja, das wäre ein Ausblick, dass wir uns jeder kleinen, aber dann in der Masse vielleicht doch großen Macht auch bewusst sind. Zumal eine Inspiration ja auch ganz heftig Funken schlagen kann. Insofern erstmal brauchen wir jetzt ein Bewusstsein und das schnell, also möglichst schnell, möglichst weit. Wir hoffen, dass das funktioniert. Wenn wir eine Frage haben, die oder ihr eine Frage habt, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, also wahrscheinlich 300 Millionen, jedenfalls kann ich mir das so vorstellen. Ich habe selber auch noch viele Fragen, aber wir haben diese halbe Stunde erreicht und es wird sonst so groß und so lang, dass diese beiden Vertragsarten werden wir abbilden, sodass das für alle nachlesbar ist. Wahrscheinlich müssen wir bis dahin noch mal eine Episode machen über den aktuellen Stand. Jedenfalls möglicherweise ist das notwendig, werdet ihr dann sehen und ansonsten findet ihr wie gesagt auch eine E-Mail-Adresse für Fragen, die ihr uns dann schicken könnt. Ich danke für dein aufmerksames Interesse da draußen und deine Verantwortung, die du trägst, indem du dir diese Gedanken mit uns zusammen machst. Ich danke dir, Alex, für die Insights und den Einblick in diesen Pandemie-Vertrag, der mich ein wenig sprachlos hinterlässt. Und dann hören wir uns garantiert, bevor wir es nicht mehr dürfen, wenigstens noch ein paar Mal. Ja, wir lachen noch, noch lachen wir. Na ja, schauen wir mal. Also, in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, wir wünschen euch nur das Allerbeste, genießt dieses fantastische Wetter, es wird ein großartiger Tag, ihr werdet es sehen. Danke, Alex, danke du da draußen. Tschüss. Danke, Hauke. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.